Hallo Leute, es geht weiter mit Alice Madness Returns, unserem geliebten kleinen Mädchen. Und wir sollen dem Geist hier helfen und ich bin sicherlich da vorne hingelaufen, weil ich da weiter soll, ne? Kann er mir nochmal... Was sagt er nochmal? Nix mehr? Gut, dann... Ach, nee, nee, die Kisten, die mach ich dann nochmal platt. Kannst du die dann auch mal platt machen? Dankeschön. So. Ach, der Ton ist wieder ein bisschen laut. So. Äh, öh, öh. Noch irgendwas, was ich übersehen hab? Ja, ja, die Türen müssen auf und so. Aber nur dieser Weg geht raus. Oh. Oh. Oh, was müssen wir... Boah, 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 was müssen wir machen? Ich glaub, da soll ich hoch. Noch irgendwas? Ja, da hinten sind auch Kisten. Erstmal egal. Wo geht's hin? Tschüss, Alice. Die schädliche Macht der Hysterie ist groß. Trotzdem ist die feindliche Abwehr... Oh, oh. Oh nein, nicht... Nein, nicht der. Den mag ich nicht. Nein. Oh ja, ziel nicht irgendwo sonst hin. Da. Da ist er doch. Oh. Komm. Dann eben so. Oh. Oh, jetzt ist die Pfeffermühle alle. Wie ich das hasse. Und wie ich es hasse, wenn sie sonst wohin zielt. Stirb. Na komm. Hey, ich will auch. Ey, dieses automatisch speichern. Wie geht gar nicht gerade, ne? Ich hasse das. Ich weiß. Endlich. Boah, ey, diese betrunkenen, ertrunkenen Seemann, oder wie der heißt, die sind so schwer zu besiegen, finde ich. Komm zurück, ich bin deine Rettung. Irgendwie. Äh, ja, komm. Alice, da warten noch zwei weitere Türen und bestimmt noch zwei weitere Geister auf uns. Halt dich bloß nicht damit auf. Was mache ich jetzt hier mit dem Leuchten? Hallo. Ähm. Äh. Hä? Was? 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 Oh Gott, ich muss mich hier beeilen. Irgendwie muss ich dem Leuchten folgen. Hilfe. Was geht denn jetzt ab? Nein. Ja, den goldenen Zahn hätte ich auch noch gern gehabt, den anderen. Hm. Na, ein Geist schon mal befreit. Auf einmal, keine Ahnung, wurde es dunkel. So, 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 braves Mädchen. Ja. Bin ich. Ach so, und dann schweben die da alle zusammen und sind wieder zusammen und freuen sich und freuen sich. Wo soll ich hin? Dahin. Bisschen Energie, wäre schön. Ja. Der nächste. Der nächste. Hallo. Nee, das ist klar. Na komm. Oh. Geht doch. Jetzt kann ich mich um ihn wieder kümmern. Ja, das ist immer gut. Na komm. Shit. Ey. Ey. Warum explodieren die Kanonenkugeln nicht wie sonst? Blöd, Mann. Echt. Wie kann eine Seele so ignorant sein? Ich bin ein erhöhtes Gebet. Alice, ich weiß auch nicht, warum alle hier immer gegen uns sind. Ich weiß nur, wir sollen dem Licht folgen, sonst passiert uns gleich wieder was. Wohin? Was jetzt? Hallo? Ah. Okay. Wir haben aber keine Zeit, uns lange hier aufzuhalten in der Dunkelheit. Oh Gott, ich muss mich beeilen. Das war jetzt echt einfach blind. Wohin? Wohin? Hilfe! Äh. Ich hab Angst. Boah. Ich weiß gar nicht, wofür die Hasenbombe war. Ich hab einfach nur gemacht, gemacht, gemacht. Hauptsache, ich komm durch. Und ich hoffe, ich hab jetzt keine Erinnerung oder so übersehen. Aber ich glaub nicht. Beeil dich, Alice. Beeil dich, Alice. Hallo, guck mal, was ich hier mache. Ich bin grad fast gestorben. Macht mir das mal erstmal nach. Ich hol mir mal... Kann ich da noch mehr? Nee. Wenn ich kann, hol ich mir hier noch mehr Energie zurück. Toll. Kisten mit nichts. Weil wir es nicht verdienen, oder was? Ich beeile mich einfach mal. Na, du schon wieder. Finde ich auch toll. Oh, Mädel! Sie zielt automatisch zu ihm. Das geht gar nicht. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Shit. Ja, super. Yay. Mach ihn fertig. Ha, mach ihn fertig. Haben Engel auch so viel Ärger? Das war jetzt echt knapp mit Raserei und so. Und das war gemein mit dem automatischen Zielen, weil dadurch hat sie nie auf den Seemann gemacht, sondern immer auf die kleinen Dinger, die sich ja scheinbar immer wieder auch vermehrten. Ähm, ja, das schaffe ich nicht. Voll daneben gesprungen. Hektische Sprungpassagen, das ist immer so eine Sache. Leck mich. Und die Kamera-Perspektive ist richtig gemein. Na, ja, Mann! Die Kamera-Perspektive ist so blöde. Wenn das so von der Seite ist, dann... Das mag ich gar nicht. Oh, es kommt mir schon wieder so nah. Wo soll ich denn hin? Ja, wo soll ich denn hin? Ich fühle mich verarscht. Okay, Licht, kannst du kommen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Mich da draufstellen. Okay, sieht man ja auch nicht. Ja, ich möchte fortfahren. Hallo. Und das ist ein bisschen gemein jetzt, oder? Ich meine... Nee, ne? Pfff. Voll fies. Ist meine Energie denn wenigstens jetzt wieder voll, oder... Soll ich jetzt alle nochmal machen? Nee, drei sind noch da. Fehlt also nur der letzte? Ja, Leute, was soll ich sagen? Ihr seht ja, ich konnte nichts sehen im Dunkeln. Je, ich bin nicht mal bei voller Gesundheit. Dann nicht. Das Ganze nochmal. Vor allem mit dem automatischen Zähn. Ist super. Ja, ich hab jetzt hier... Mach jetzt hier einen Cut, ganz ehrlich. So, ich hab einen Cut gemacht, sozusagen. Und... Hab die Runde gerade eben... Wieder verloren. Bin genervt. Gebe ich zu. Weil ich weiß... Es liegt nicht daran, dass ich nicht gut genug bin. Sondern ich weiß einfach, es liegt daran, dass es einfach mega schwer gemacht ist. Und ich glaube, je öfter man immer irgendwie so eine Passage verliert, desto ungeduldiger, genervter und unkonzentrierter wird man, weil man dann einfach nur noch wüten wird. Das kennt bestimmt jeder von euch. Deswegen einfach das Ganze nochmal. Und das nervt mich tierisch, einfach wegen dem Zielen. Automatisch zielt sie nicht zu ihm, sondern zu den Viechern. Das soll ja auch so sein. Das soll ja auch so sein. Steh ab! Steh ab! Steh ab! Ey, das gibt's doch nicht! Na endlich! Meine Fresse nochmal! Echt! Also, blöd! So, und jetzt kommt wieder die Superpassage! Oh, jetzt kommt das schon wieder! Wenn ich das wieder nicht schaffe, kann ich alles nochmal machen! Das ist voll unfair! Ich glaube, ich muss hier erstmal auf das Licht warten! Sonst bin ich zu schnell! Sonst sterbe ich wieder! Es muss schon hinterher kommen! Ja, so ein Fisch noch dazwischen! Also, die Dunkelheit darf ich hier auf keinen Fall bekommen! Okay, er kommt hinterher! Sehr gut! Ja, und jetzt... Achso! Warte! Warte dahin! Nein! Nein, ich sterbe! Ich sterbe! Ich sehe nichts! Ich sehe nichts! Ich sterbe! Ich sterbe! Scheiße! Licht! Wo bist du? Licht! Nein! Wohin? Nein! Oh Gott! Ich kriege eine Rappel hier echt! Ja, ist gut! Komm! Geh da einfach rüber! Ey, willst du mich verarschen? Nein! Nein! Das kann nicht wahr sein! Das kann nicht wahr sein! Das kann nicht wahr sein! Und jetzt nochmal alles von vorne! Ey, voll der Akropath! Ganz ehrlich! Und jetzt nochmal alles von vorne! Ja, dreh dich automatisch nach links, damit es länger dauert! Ist klar! Ist klar! Warum dreht sie sich immer nach links? Das habe ich gar nicht gemacht! Das habe ich gar nicht gemacht! Scheiße! Ich traue mich nicht! Ich traue mich nicht! Ich traue mich nicht! Ich traue mich nicht! Das ist das Spiel! Nach rechts habe ich gesagt! Nach rechts habe ich gesagt! Ich sterbe hier gleich. Ich verarsche das Spiel. Und warte aufs Licht. Sehr gut. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Nein, nein, da auf, da auf, nein, 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 da auf. Ja, schön, schöne Scheiße. Boah, ist das schwer, ey. Mann, oh, warum hüpfe ich immer runter? Warum bin ich so dumm? Ich denke mal, ich muss mich beeilen. Vergesst diesen Part. Vergesst alles, was hier passiert ist. Echt bescheuert. Er hat sich wieder aufgelöst. Der Blockstein löst sich auf, weil da stehen die Sekundenzahlen drauf. Und nur diese Sekundenanzahl kann man überleben. Und ich überlebe das hier doch auch nicht, oder? Doch. Hab ich sogar mal. Wie auch immer. Ja, ist gut. Alice stirbt doch einfach. Leck mich, Spiel. Leck mich, leck mich, leck mich, leck mich. Wo geht das Licht hin? Sieh zu jetzt. Nein. Wo soll ich hin? Äh, wo soll ich denn hin? Ja. Ja. Wo, 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 wo. Geh da hin, geh da hin, geh da hin. Sehr gut. Oh mein Gott. Boah, Alter, war das jetzt echt eine kacke Passage, ey. Ich danke dir, Alice. Sei so gut zu dir, wie du zu uns warst. Holt den Anker ein und dreht bei, Männer. Wir steuern gern hohe und gelohreiche See. Endlich hab ich's geschafft. Das war sowas von anstrengend jetzt, muss ich sagen. Hauptsache Sanduhr, Hauptsache Speichern, Hauptsache bitte das nicht nochmal. Das war jetzt echt gemein, muss ich sagen. Gut, ich sammle hier noch fleißig die Kisten ein, in der Hoffnung, ja, dass natürlich nichts drin ist. Es ist total freundlich. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Alice Madness Returns, in der Hoffnung, dass es dann etwas leichter wieder wird. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020